Ihr digitales Kurzprofil ist das, was ein Kunde zuerst von Ihnen sieht, wenn er eine Datenbankabfrage gemacht hat. Deswegen hat das digitale Kurzprofil überragende Bedeutung. Sie können ein digitales Kurzprofil am besten mit einem tabellarischen Lebenslauf vergleichen. Das digitale Kurzprofil bildet ab, zum Beispiel Ihre Branchenerfahrung, Ihre Linienerfahrung, welche Sprachen Sie beherrschen und wo Sie im Ausland waren. Darüber hinaus zeigt Ihnen das digitale Profil die Verfügbarkeit an und den Tagessatz, vor allem aber Ihre Positionierung, Ihren USP, Ihr persönliches Profil. Bei der Positionierung helfen wir Ihnen im Rahmen unserer Qualitätssicherung und wir achten auch sonst darauf, dass alles vollständig ist, sodass Sie allerbestens unterwegs sind in der digitalen Welt. Untertitelung des ZDF, 2020